so was geht ab leute Antoine ist back nach 6 7 Monaten hat er mal wieder ein Video hochgeladen er hat ja 900.000 Abonnenten und ja das Video mit der Überschrift Antoine hat neue Immobilien am Start wir geben uns einfach mal das Video er hat seit 6 7 Monaten nichts mehr hochgeladen der Junge ist auf jeden Fall zurück und ja mal schauen Ciao komm ich raus komm ich raus danke alles klar alles Gute danke alles Gute gut du weißt das? das ist ein Kumpel von mir der es war zu Besuch und dachte ich der kann aber auch mitkommen ich dachte schon okay oder? oh ist es okay? ja das sagt mein wenig dich ob das wie das okay ist das sagt die Prinzessin hier wie sagst du? wie oder? nein ich habe fast eine Hände drücke ich habe mir fast nur einen Unterarm gebrochen ich wollte kurz deinen Platz markieren ne? ich habe schon mal hinten pissen können von jetzt hier in dem Revier wenn du bei mir bist weißt was du machst? meinst du dein Schnauhter? meinst du dein Schlörr? ah was war das? 네 ich mag den Jungen vielleicht wenn der Schiss kriegt so eine Art kommst du nicht rein kommst du nicht rein nein ich bin schon lang drin siehst du weil du da die tür gehämmert hat aber eigentlich bin ich schon lange im flot drin fragte mich komm rein lennart französisch lk lennart weißt du warum ich gesagt dass solche abkommen alleine nichts gegen mich allein hat ich hab aber keinen Bock gehabt dass du mitkommst eigentlich obwohl ich dich nicht gerne rückst du mich ein bisschen auf klatschen oder im keller wenn es okay ist dann sieht sich niemand weißt du kannst du im keller warten kurz nichts gegen mich aber ich habe keinen bock dass es um straße die leute fragen was ist das für ein komischer tipp und straße neben der tür war schon zuschalt nichts anfassen weil die wohnung ist noch nicht meine lanort es ist deine jetzt bin ich frei ich stehe rein wir haben bald kurz hier hier raus verstanden mach's gut alles klar lanort stehe da auf dass er soll nicht da hinsetzen das ist nicht mein property okay hast du verstanden genau kein bock kein bock dich zu zerlegen wenn man und jetzt erst seit fünf minuten kennen hast du verstanden hier hier ja nicht aufhören weil ich sagte ihm das soll nicht sagen und dann sagt er was weißt du nicht verstehe verstehst du ja verstehe ich verstehe ich lanort 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 da wird schnell lanort 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 leier 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 Und was soll man denn mitnehmen? Ich glaube, es wäre besser, wenn man ihn mitnehmen. Aber er redet ja nicht mehr. Lennart, komm mir einfach hinterher. Stoßrichtige Tür. Wahnsinnige Richtige. Helena, zeigte die Tür. Ist das auch die falsche Tür? Ich weiß, wo die Tür ist. Die Wohnung ist hier in dem Haus. Ist das überhaupt legal so? Was meinst du? Ist das legal? Ob es legal ist? Hast du überhaupt nicht den Schlüssel? Ist es egal, wenn man den Schlüssel noch rein tut? Nee, wenn den Schlüssel fest nicht in die Tür passt unten. In den Keller konntest du auch nicht rein. Hast du noch Schlüssel finden? Oder was ist das überhaupt deine Wohnung? Na, 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 na. Du willst dich dich hin, ne? Töne geschlüsselt. Sie wurden von einem Freund betrunken mit dem Frauen. Herzlichen Glückwunsch. Ich erzähle dir mal eine kleine Anekdote. Anekdote. Er war in Fliege. Ist das überhaupt dein Wohnen? Nein, Schlüssel geht einfach so rein. Ich alleine hat die Wohnung ausgecheckt. Weil die ist ja an Freiberuflichem Ebene tätig. Ich alleine. Was macht sie denn? Ähnlich wie Verloreste. Nur mit Männern. Danach sind die Männer von Herz her eine Blume. Versteigert. Aber von Leidenschaft her. Scheiße. Ja, geiles Video. Der typische Antoine Humor war auf jeden Fall am Start. Ja, geiles Video. Nach sechs, sieben Monaten haut er halt mal wieder ein Video raus. Ich guck kurz. Ich guck kurz. Ja, hier vor sechs Monaten. Vor sieben Monaten. Wie gesagt, also. Vielleicht ist er ja in nächster Zeit ein wenig aktiver. Haut mehr Videos raus. Wie gesagt, dann geben wir uns die auf jeden Fall. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und folgt mir auf Instagram. Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.